Walli Walli. Walli Walli. Oh, er rennt noch einen öffnen Platz, Alter. Hahaha, ein bisschen... No risk, no fun. Wollen wir gleich rüber rennen, irgendwie? Wir müssen uns wegen dem Skeff jetzt nicht verraten, dass wir hier sind. Ne, auf jeden Fall nicht. Was anderes wäre es gewesen, wenn du uns entdeckt hättest, also uns getrickt. Oder du noch die Quest hättest. Ja. Ah, ich hab unter Essen und Trinken vergessen. Ah, was soll's? Finden was. Ich tropse. Vaseline vergessen, alles vergessen. Ah, gut geschossen. Dumm für Schläge auf den Hinterkopf. Ah, so sieht das aus bei Dark. Hier. Da stehen kleine Rennautos rum. Obatschki. Oh, da vorne war was. Hier, andere Richtung. Au. Ja. Ah, ich knall ihn mal ab. Ich glaub, was du nimmst. Ich glaub, was du nimmst. Ah, ich knall ihn mal ab. Ich knall ihn mal ab. Ich knall ihn mal ab. Ey, der ist aber zäh. Ah, ha, 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 ha. Achtung, ich komme, Bia. Ja. Da? Dass du mich schießt. Okay. Müssen wir schnell aufladen. Hast du? Ja. Okay, dann lass uns mal schnell Magazine laden da drin. Oder es ist ein Bär, der uns in die Öre führt. Das macht ja noch spannend. Boah. Okay. Hier, hier mal eine Küche. Ach so. Ah, hier geht es auch lang. War ich auch noch nie, glaube ich. Ich hätte gedacht, hier gibt es gleich was zu drin. Unsere Eisen für die Schwester, aber... Ja. Ich glaube nichts. Saftladen. Küche nennt sich das. Das sieht zumindest so aus wie ein. Ja, das ist ja auch irgendwie... Die sind ja durchmarschiert, Junge. Ja, alle Türen aufgeladen. Tja. Als gäbe es keinen Morgen, Junge. Die Leute haben es eilig. Man genießt das Spiel gar nicht mehr. Oh, da vorne eine Lampe. Ich gehe ins Mentes. Hast du den erwischt, ja, ne? Nee. Kommt, glaube ich. Ist das ein Spiegel oder was? Guck mal, das Latschen hier. Bist du wahrscheinlich, ja? Taschenlampe? Ja. Ich bin mit der Taschenlampe hier, aber muss doch hier irgendwas sein, Alter. Bist du drüben beim Brutal? Ja. Okay, dann bist du das. Das ist mich verarschen. Ich bin mit der Taschenlampe. Mehrere Leichen liegen hier Draußen schleicht er rum Brennst du? Ja Okay Er ist tot Ey, frage ich mich, wie schnell der weg war hier Oh, so sang und klanglos Gibt's noch gar nicht Ja Hasten? Ja Da ist ein Skeff links Er hat das hinter den ungestützten Regalen Kommt jetzt davor Liegt Hasten, okay Ja Ich guck mal zu dem, den ich erschossen hab Ich guck mal zu meinem Skeff mit einer Mosin Da liegt ein Haufen Leichen Willst du die Mosin mitnehmen? Ne, ich bin nicht so der Mosin-Fan Heinst du? Ich bin gerade kurz gesprintet, ja Okay Oh, Skeff Oh, Skeff Bist auch nicht wo Er lief hier unten oder? Der mit der Taschen Au Alter Alter Der Rebner Leck mich ab Er ist tot Okay Okay Mehr Schreck gekriegt als alles andere Schaden war es nicht wirklich, aber Ich bin nicht erschrocken Gute Loot Hat mir nicht viel abgezogen, aber Walli, Walli Walli, Walli Oh, Erinnerung auf dem Platz, Alter Hahaha Ja, bisschen No risk, no fun Oh Oh shit War er das? Oh Das sind Spieler oder das ist der Skeff? Au Alter Der hat mich erschossen, der Skeff Echt? Ja Warte mal Vielleicht war es ein Skeff-Spieler Fetsch, Pässen, ja Ne, der stand Das war kein Spieler Der stand mitten im Raum Der steht dort vorne einfach mitten im Gang Alter Der Hurensohn Hast du ihn? Nö Was? Auch tot? Nö Hahaha Hahaha Wenn ich jetzt deine Pistole mitnehme Enten hat er gelacht, der Hurensohn Hahahaha Blöde Schwein Dann knall ich ab Der stand einfach mitten im Gang Und ich hab halt scheiße getroffen Und ich hab auch zu lange Warte Ich weiß ja nicht ob er es war, aber er hat sich einen Headshot eingefangen Boah, Alter, kriegt euch mal wieder ein Der Pettnässer, die haben beide Arme kaputt geschossen Hahaha Ich muss Ich sehe aus wie unecht irgendwie Hahahaha 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 Hallo Der Kopf sieht aus wie rein montiert Eine Montage Aber es ist echt Echt Hahahaha Ich dreh schon wieder durch Hahahaha Jetzt Oh jetzt Oh jetzt Oh jetzt Mein Gott So, endlich Ich hab jetzt wieder kein Schnellfeuergewehr Ich bin wieder Was hast du wieder? Mit Pistole oder nix? Ey das geht echt gut Ja Ja Du Tier Was sind wir denn? Ach hier wieder Wieder hier Gibt's doch nicht Scafcamp andauernd Was ist da los? Die wollen uns zu Scafcampern machen Ne warte mal so Doch doch Ja doch Wir sind fast wieder hier bei unserem Oli Aber wir müssen ja diesmal weiter durchrennen An den Kassen vorbei Und so den ganzen Scheiß Ne Das wollen wir schnell hoch hin Der war aber hinter uns hier Oh Oh Hinter uns Okay Granate Hast du was abgekriegt? Ja Mit bloß einem leichten Treffer Aber es war von unten, oder? Ja Ja, hat mir den Rücken geschossen Der Hund Naja Finde ich der Rede wert Na heil dich lieber Gut, dann können wir uns hier oben langschleichen Schlagen wir uns oben durch bis hinter Und dann laufen wir den Treppen runter Und dann Okay, ich bin drüben in dem Klamottenladen Ja, Papillon Ja, Papillon Jetzt hätte ich fast gegen die Tür gelatscht Alter, beruhigt euch So, ich lauf weiter Wo bist du jetzt ungefähr? Ich bin noch hier in meinem Laden gegenüber vom Papillon Ich bin noch hier in meinem Laden gegenüber vom Papillon Ich bin noch hier in meinem Laden gegenüber vom Papillon Die wamsen sich auch gerade draußen Ja Ja Was ist das? Abstellkammer Gibt es hier was? Eine Kärrmaschine kannst du klauen Ja Hier geht mir wieder weg, Matze Ja Matzes Wege sind unergründlich So So Aber hier müsste man doch dann irgendwo schon sein Na hier ist er doch schon Das ist doch der Tisch Ah Tatsächlich Mhm Sag ich doch Langsam wird es bei mir auf Interchange Ich kriege Ortskenntnisse Aber Türen bitte schließen nicht Dass er auch noch reingerannt kommt Wie vor der Rantel gestochen Okay So muss er die Türen noch aufmachen Das hört man eventuell noch Aber wenn er gleich reinstürzt Und das Feuer eröffnet Sind wir Ein Teil der Menschlichen Geschichte Was? Da müssen wir nochmal draus Immer kommen Ich guck dann gleich Ich kann grad hier nicht weg Jana Wo Was soll denn jetzt nach Gas riechen? Na gucke mal Beutel In der Küche oder was? Also nee, warte Ich halte mal Da gibt's Spiel im Zaum So Ich bin wieder da Ja Alles okay Alles okay? Vorne beim Exit wird's schon geballert Ich glaube ja Ich glaube ja Ich glaube ja Ich glaube ja Lade erstmal nach bevor du rüber rennst oder? Oder Oder Es war ein scheiß Kev oder? Ja Aber er hat eine VSS Dann nehme ich die mit und lasse die Schrotflinte hier Das ist schön Ah ja Wie er anders Auto kriegt Von Benji abgeguckt Was? Ich bin hier vorne übrigens nicht rausgekommen Wie? Was nicht rausgekommen? Ich geh jetzt eine rauchen Und ich so ich auch Aha Aber ich bin nicht aus dem Exit rausgekommen Ich musste dann nochmal weggehen Und nochmal hinkriechen Achso Ja Ich bin gott so stift